Klompex, die kleine Lokomotive und der Käfer. Es war einmal ein sonniger Morgen und der kleine Klompex hat die Aufgabe, den Käfer zum Museum in London zu bringen. Hallo Klompex, was hast du heute für eine Aufgabe? Hi Günther, ich soll den Käfer nach London zum Museum bringen. Wie ist denn dein Käfer? Der ist hinter mir ange... Wo ist er gerade? Wo ist er? Gerade war er noch hier. Bonjour! Hallo, französische Dampflok. Hast du meinen Käfer gesehen? Die Liebeslok ist an mir mit einem Käfer vorbeigefahren. Dann rufen sich die beiden Freunde auf die Suche. Hey, Halt! Wieso hast du unseren Käfer geklaut? Wie? Ich? Endlich haben sie es geschafft, den Dieb zu schnappen. Und es stellte sich heraus, dass der Diebeszug schlecht sehen kann und hat den Käfer mit seinem Auto verwechselt. Und so gab es ein gutes Ende. Und Klompex kam auf Zeit zum Museum. Hi! Okay, das Video ist jetzt zu Ende und ich wollte nur sagen, dass es wäre lieb, wenn ihr uns einen Daumen hoch geben könntet oder einen Daumen runter, wenn es euch nicht so gefallen hat. Oder abonniert uns doch sofort für das nächste Video. Denn im nächsten Video geht es um Webster. Ein Video über mich? Yay! Juhu!